Dieser Renault Talisman-Vorführwagen ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 12.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2016. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 160 PS an das Sechsgang-Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. het penaaren Sie. Insofern mantra Bis zum nächsten Mal.